Sie sehen, hier sind wir in einem Haus. Sie sehen, wie das auf das Hausnetz schlägt, mit 1800 Gs. Eine extreme Belastung. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir einen Stetsritzer anstecken, bekommen Sie es auf 300 runter. 50 wäre ideal. Aber Sie sehen, bei 1800 Gs, Dirty Electric City, ist es kaum möglich, das unter 50 zu bringen. Auch mit zwei Steckern nicht. Und an den anderen Dosen ist es gleich wie der 1800. Das war eine starke Verschmutzung, bekommen Sie kaum in den Griff. Hier sehen Sie, habe ich jetzt den Stetsritzer Filter reingetan. Bei diesen 1900 Gs Belastung. Und jetzt gehen wir hier rein. und schauen an der anderen Dose. Keinen Einfluss mehr, Sie sehen. ist einfach viel zu viel. 1900 Gs Belastung. 1900 Gs Belastung. 20 Imahl 15 20 I shall��ung 15 20 Inzatude 20 Minuten 20 Minz 23 Minuten 41u